so einen wunderschönen guten morgen zusammen hallo luca guten morgen das sind guten morgen liebe club wieder willkommen zum market round ab jetzt der erste nach meinem urlaub quasi dass ich wieder hier vor ort bin aber grundsätzlich habt ihr ja natürlich die letzten wochen das ganze mit luca und tom gemacht das heißt wir fügen uns quasi nahtlos an das geschehen an und das ist ja einiges passiert in der zeit viel volatilität im markt viel bewegung im markt wenig aktien news kann man sagen da ist so ein bisschen jetzt gerade die luft raus aber es stehen ja andere spannende themen bevor us-wahlen stehen bevor wichtige wirtschaftsdaten sind senkungen all das ist aktuell ja brandheißes thema deswegen will ich gar nicht lang drum herum reden lasst uns rein starten und wir beginnen mit einem blick wie immer natürlich auf den markt was passiert und starten ja diesmal nicht mit dem dax sondern mit einem kleinen kurzen blick und zwar auf den september und wir wissen dass alle der september ist grundsätzlich ein schwieriger markt luca genau wir sehen hier einmal quasi den breiten markt beziehungsweise den s&p 500 und die performance quasi über die verschiedenen monate aufgeteilt sehen gerade auf kurzfristiger sicht also beziehungsweise auf fünf jahre 15 und 30 jahre dass da quasi eine negative sommer saisonalität einsetzt und man sagt auch dass die volatilität ein bisschen höher an den märkten und genau genau wir sehen das gleich noch mal im anderen chart wo man das wirklich mal so im gleitenden durchschnitt über die letzten jahre sieht was man aber grundsätzlich sagen kann und deswegen ist es ganz so spannend auf den größeren zeitebenen ist es eigentlich der einzige september der durchgängig oder der einzige monat im jahr den durchgängig eigentlich eher negativ performt und deswegen haben alle angst vor dem september und alle sagen come back after september eher und nicht im september und da trotzdem wollen wir uns natürlich angucken was die nächsten wochen potenziell so ansteht wir sehen das hier noch mal im blick auf den dax und zwar aktuell mit dem kernthema kann man sagen sorgen um das wachstum der weltwirtschaft das hat so letzte woche glaube ich primär wirklich die märkte bewegt und das sieht man auch ganz gut an dieser größeren volatilität die wir hier markt haben man sieht zwar das große bild einmal weil wir wirklich den dax noch mal ja aus einer größeren perspektive betrachten und man sieht aus der größeren perspektive auch noch dass wir immer noch in dem schönen aufwärts drin sind insbesondere natürlich nach dem tiefpunkt im oktober november letzten jahres mittlerweile fast wie sagt ein jahr her was wir aber schön sehen können ist dass die kerzen körper die hier oben sind relativ groß sind also relativ viel unsicherheit entsteht im markt und der markt sehr sehr stark auf einzelne news auch reagiert und das ist mehr oder weniger das was wir halt auch hier im markt wieder beim dax gesehen haben und zwar geht es primär um die schwächelnde wirtschaftliche lage quasi von insbesondere zyklischen sektoren wir sehen das im luxussektor im halbleiter sektor werden wir sehen wir sehen das aber auch in ganz annäheren konsumgüter märkten wir sehen es zuletzt es ist wieder aktuell mehr im fokus die automobilbauer die automobilzulieferer also alles was zyklisch ist ist aktuell unter druck und das sieht man dann auch in der bewegung die im dax sich vollzieht trotz dessen muss man sagen hält er sich auf ziemlich hohen niveaus sind hier so ein bisschen zurückgekommen ja auf so 18.300 punkte bisschen wieder dann leicht hoch leicht runter man sieht es hier unten läuft der ticker mit sind jetzt bei 18.400 punkten ist auch ganz schön abgeprallt hier an dem gleitenden 50er durchschnitt nächstes trotz doch noch relativ viel unsicherheit zusätzlich kommt natürlich das thema inflation das thema zinssenkung gerade mit in den markt und das thema us wahlen und alles zusammen ja sorgt natürlich für so einen kleinen potpourri kann man sagen aus ein bisschen unsicherheit und wir sehen das später auch dann dass sich die leute oder die märkte ganz generell aktuell wieder mehr absichern das sehen wir nämlich genau hier und was wir hier sehen für alle die noch nicht so lange dabei sind das hier ist der put call skew und was wir hier in diesen put call skew am ende ja ausmachen ist wie sehr sichern sich marktteilnehmer ganz grundsätzlich am markt ab wenn dieser put call skew tief ist dann ist man grundsätzlich eher weniger abgesichert die märkte sind sehr sehr bullisch und die märkte tendieren dazu dass sie keine absicherung auf der unterseite benötigen ist dieser put call skew eher höher dann beginnt man sich mehr und mehr abzusichern und das ist das was wir hier gerade sehen beim euro stocks und beim s&p 500 das ganze steigt wieder deutlich an das heißt diese absicherung für die unterseite nehmen deutlich in dem falle zu und das zeigt nicht dass die märkte grundsätzlich jetzt eher tierisch werden sondern das zeigt ihr dass man in so ein etwas neutraleres lager rückt und das ist ja so ein bisschen verbunden mit der saisonalität die wir sehen und natürlich auch ja mit dieser grundsätzlichen thematik rund um die us-wahlen wichtig wird das wenn wir uns nämlich dann auch die anleihen anschauen in dem fall ist jetzt einmal die zehnjährige bundesanleihe die man hier sieht und dort sieht man halt ganz schön dass die rendite immer immer weiter absackt und zwar in immer schnelleren momentum deswegen sieht man hier einmal diese drei abwärtstrends die sich weiter auffächern nach unten und eher der so langsam so eine negativ exponentielle form einnehmen und dieser fallende abwärtstrend führt natürlich zu einem gewissen druck auf dem markt weil er schon voraussieht dass potenzielle zinssenkungen gerade entstehen könnten zum anderen sagt man aber auch natürlich dass so ein relativ starker fall eher dafür steht dass diese zinssenkungen auch in dem zuge erzwungen werden weil man irgendwie die wirtschaft wieder ankurbeln möchte das ist das was der markt gerade sieht für die aktienmärkte und generell für die wirtschaft ist es eigentlich eher erfreulich solange natürlich die inflation aktuell so ein bisschen im geregelten maßstab bleibt wir sehen das ganze auch in ähnlicher manier beim s&p 500 nur ein bisschen ausgeprägter denn man muss sagen die deutsche wirtschaft die schwächtet ja schon was länger und wenn wir auf den dax schauen wissen wir ja auch immer wir schauen nicht nur auf den deutschen markt sondern insbesondere auf den internationalen markt und aktuell ist halt der us-markt derjenige der im fokus steht und bei dem man eher die vermutung hat dass der halt sich auch weiter abschwächt und damit die globale wirtschaft so ein bisschen mit nach unten zieht und das ist das ja was wir in den letzten wochen gesehen haben wir sehen das gleich noch mal in ein zwei einzelnen news aber grundsätzlich ist es so dass der halbleiter sektor so ein bisschen gerade sich schwächelt zumindest die wachstums fantasien sich so ein bisschen abschwächeln und das ganze so ein bisschen ein für eine eintrübung am markt sorgt grundsätzlich saisonalität am markt wir haben den september da ist der markt grundsätzlich pessimistischer sowie die us-wahlen und wir werden in den nächsten wochen noch ein bisschen was zu den us-wahlen ganz grundsätzlich machen denn ein wahljahr ist immer ein bisschen spezielles jahr und grundsätzlich ist eine periode kurz vor dem wahljahr auch immer mit ziemlich viel spannung versehen insbesondere gerade weil wir halt zusätzlich zu diesen wahlen auch noch das thema zinssenkungen haben und wenn beides so ein bisschen zusammentrifft dann kann man schon von gewissermaßen politischen börsen sprechen und hat auch von großen makroökonomischen auswirkungen die sich am ende auch auf den märkten widerspiegeln deswegen wie gesagt hier auch nehmen die absicherungen weiter zu weil man sich ja genau für diese negativ szenarien hier auch aufstellt was sollte erleichterungen schaffen wie oftmals die us-arbeitsmarkt zahlen und da muss man aber sagen gab es keine großen überraschungen die dann eigentlich mehr oder weniger so wie erwartet sie waren ein bisschen geringer die zumindest die non farm payrolls also die geschafften stellen außerhalb der landwirtschaft die waren ein bisschen schwächer als gedacht die arbeitslosenquote ist dafür wieder man sieht es hier oben leicht zurückgegangen das heißt also hier weniger stellen geschafft als erhofft oben dafür leichter rückgang der ab us-arbeitsmarkt zahlen also wie oftmals bei den us-zahlen viel ja tumult um nichts haben muss ja auch sagen was wir auch die letzten beiden wochen besprochen haben dass die fett sich weil die inflation kernrate inflation abschwächt da haben wir noch die shelterpreise die mietpreise sind weiterhin hoch aber generell bewegt der schwerpunkt immer von inflation richtung arbeitsmarkt daten und diesen aktuell besonders spannend und geben so ein bisschen ausblick wie hoch die zinssenkung sein können momentan wird zu 70 80 prozent ein kleinerer zinsschritt erwartet aber wir sehen es jetzt beim september meeting und die ezb liegt ja auch quasi die zinsentscheidung diese woche vor also es bleibt spannend ja es wird immer viel rein interpretiert auch in diese zahlen und wenn man aber zuletzt halt drauf schaut und auf diese bewegung im arbeitsmarkt schaut dann sieht man dass wir trotz dessen langfristig immer noch deutlich unterhalt der arbeitslosenquote der letzten jahr zehnte eigentlich liegen das heißt wir haben immer noch viel potenzial immer noch luft zum atmen und dementsprechend ja immer noch so ein bisschen das thema was du gerade angesprochen hat eigentlich noch ein bisschen luft auch für die fett mit den zinssenkungen vielleicht nicht ganz so aggressiv gerade an den markt zu gehen da gibt es natürlich immer verschiedene lager insbesondere jetzt mit der etwas schwächenden wirtschaft und auch das ist natürlich ein thema was die fett sich anschaut aber im kern geht es halt um das thema inflation und das thema des arbeitsmarktes und beides muss in der kombination natürlich irgendwie so eine goldene mitte finden und ja da wird es spannend was jetzt in den nächsten ein zwei wochen auch passiert hier wie gesagt noch mal die saisonalität des essen für 500 jetzt über die letzten 55 jahre das ist ein relativ schöner chart hier von season next und was wir sehen ist der gleitende durchschnitt der hier bei 100 im verhältnis startet und so ein bisschen ja die bewegung saisonal anzeigt in den monaten hier und was wir grundsätzlich halt sehen ist dass wir viele positive monate eher haben aber der september und oktober tendenziell dazu tendieren ja eher etwas negativer zu sein insbesondere september ist hier das haben wir gerade eben noch mal gesehen eher der negative monat ja und allein dieses wissen um diesen monat ist es so ein bisschen selbst erfüllend an dieser stelle auch führt dann am ende dazu dass der markt hat doch etwas negativer ist alle die chart analyse ganz grundsätzlich betreiben müssen dass der markt macht nicht grundsätzlich stopp an einer bestimmten stelle weil dort irgendwie eine linie irgendjemand in chart gezeichnet hat sondern weil ganz viele es machen und ganz viele daran glauben dass an dieser stelle der markt sich an dem und dem punkt dreht umso mehr leute daran glauben umso wahrscheinlicher wird das ganze und ähnliches ist halt auch bei dem thema saisonalität zu sehen gehen wir noch mal ein bisschen rein in ein zwei charts das ist in dem fall jetzt die zehnjährige us treasury und die fällt tatsächlich noch stärker als wir es jetzt in deutschland gesehen haben deutlicher rückgang hier wieder mit dem fokus auf die verzinssinkungen jetzt im september teilweise stärker teilweise weniger stark erwartet wir sehen jetzt gerade wir sind an so einem neuen tiefpunkt und dementsprechend gerade mit der erwartung eher um eine größere zinssenkung das kann sich natürlich trotzdem und dann sieht das hier in dieser bandbreite auch immer mal wieder nach oben und unten variieren insbesondere mit dem fokus wie gesagt auf die weitere us wirtschaft was bleibt stabil die dow jones weiterhin erstaunlich stabil während viel volatilität und vieler volatilität und bewegungs zunahme in den märkten zu sehen ist sehen wir beim dow jones ganz grundsätzlich dass der index sich relativ stabil über diesen 40.000 punkten eigentlich hält zuletzt wie gesagt mit neuen allzeithoch sogar denn das liegt daran dass hier auch mit einer größeren gewichtung defensive sektoren zu finden sind und diese defensiven sektoren allzuletzt stabile erträge stabile performance gezeigt haben weniger stark den halbleiter in den technologie sektor mit erfolgt haben und das sehen wir gleich noch mal in der einzelnen sektor performance kurzer blick auf den nasdaq 100 hier ist nämlich genau das gegenteil quasi zu sehen hier haben wir deutlich mehr volatilität deutlich mehr rückgang auch jetzt im marktsegment zu sehen wir hatten die in video ergebnisse die nicht so schlecht waren trotzdem nicht so gut aufgenommen worden werden jetzt die broadcom ergebnisse die nicht so schlecht waren trotzdem nicht so gut aufgenommen wurden beides halbleiter beides chip unternehmen was war eigentlich los ja es ist so ein bisschen die zukunft und die große euphorie die man an diese unternehmen hat hat mit den großen erwartungen dass die erwartungen die man hat noch mal übertroffen werden und dass hier große euphorie herrscht das wurde nicht so ganz abgefangen auch wenn beide unternehmen in dem beispiel zum beispiel sehr profitabel sind und dementsprechend ist man so ein bisschen was von dem hoch das man hier im juli gesehen hat auch mittlerweile ein ganzes stück weg jetzt hier so bei 18.400 punkten hier sieht man aber einige unterstützungslinien und die helfen am ende dabei den markt zu stabilisieren zusätzlich bildet sich hier gerade so ein reggie aus und dieser reggie steht grundsätzlich auch eher dafür dass hier bald ein weiteres ausbruchsszenario folgen könnte der macd ist weiter etwas negativ das heißt das momentum ist gerade weiterhin auf der etwas negativeren seite positive impulse könnten wie gesagt dort auch durch weitere zinssenkungen kommen hier nochmal der überblick auf den sektor performance der sektor performance jetzt im september ganz grundsätzlich sieht man hier den 31.8 bis zum 6.9 also eine woche die letzte woche abgebildet und was wir ganz gut sehen können ist das was wir gerade eben auch im Dow Jones gut sehen konnten die defensiven sektoren sind diejenigen die aktuell den markt stabilisieren consumer staples utilities auch real estate aufgrund der sinkenden zinsen weiter vorne weiter mehr im fokus ganz unten sehen wir dass halt insbesondere die technologie sektoren diejenigen sind die den markt gerade etwas mehr nach unten ziehen energie auch die den markt weiter nach unten ziehen und das sehen wir hier unten das heißt alles was zyklisch ist aktuell eher im negativen umfeld während die defensiven sektoren gerade den markt stabilisieren auch healthcare relativ weit oben mit dabei es bleibt also weiter spannend wie sich das thema zinsen und wirtschaft jetzt wirklich weiter entwickelt wen hat es sehr stark getroffen den russell 2000 den gucken wir uns ja immer mal wieder hier an und der russell 2000 hat hier einen deutlichen abschlag verzeichnet wir sind jetzt hier knapp ja sieht man von 2200 wieder auf 2000 zurück also zehn prozent in relativ kurzer zeit wieder verloren relativ volatil ist er zwar schon die ganze zeit aber es gab ja die hoffnung dass man nachhaltig aus dieser bandbreite hier ausbrechen kann hat sich eigentlich angebahnt jetzt befindet man sich trotzdem noch leicht oberhalb aber ja das thema wirtschaftsschwäche trifft natürlich insbesondere die kleineren unternehmen und das zeigt uns auch aktuell verstärkt die volatilität im markt kurzer blick nach asien und wir starten mit dem hang zeng denn beim hang zeng kann man sagen gibt es so leicht positive nachrichten die exporte zeigen so einen relativ positiven trend positive quartalszahlen zuletzt von alibaba hier eigentlich zu sehen grundsätzlich sehen wir aber die längste marktschwäche seit 1999 in dem großen sektor und dementsprechend ist auch hier der abwechstruck etwas größer auch hier zeichnet sich so ein größerer reggie an der aufeinander zuläuft und potenziell für den baldigen ausbruch spricht aber man muss halt schon sagen dass der markt ja schon einige probleme hat in china und da ist schon einiges auch an momentum braucht um dort auszubrechen volatil ist es übrigens auch wirklich beim nikki da ist ganz schön was los wir haben ja langen aufwärtstrend gehabt wir haben dann diesen black monday gehabt quasi hier ja noch anfang august und jetzt hat sich der markt wieder leicht stabilisiert aber man sieht dass die kerzen doch relativ groß ist die schwankungsbreite ist relativ breit hier bildet sich so eine weitere seitwärtsphase auch wie in den quasi wochen zuvor ganz grundsätzlich muss man aber an der stelle sagen es sind diese sprünge aus diesen kurven doch relativ deutlich und das liegt daran dass wir natürlich eine große unsicherheit haben wir haben das thema ja swaps besprochen wir haben das thema carry trades besprochen das thema zinsentwicklung und auch das thema ja wie entwickelt sich quasi eigentlich der yen und diese aufwertung des jens die spricht aktuell sehr sehr deutlich dafür dass ja weitere unsicherheit eigentlich im markt vorhersteht denn wir sind jetzt deutlich zurück von den hohen ständen ja 175 yen jetzt zurück eher so 157 sind immer noch weiterhin hohe niveaus aber man muss sagen der trend geht halt deutlich abfallen und das gibt der zentralbank so ein bisschen puffer vielleicht nicht ganz so schnell die zinsen zu heben und der markt ist aber so ein bisschen entspannung ob nicht dann doch wieder was relativ plötzlich ist passiert so wie bei dem letzten mal und deswegen gibt es auch hier deutlich mehr absicherung deutlich mehr schiff zu etwas risiko ärmeren klassen ja genau und dementsprechend auch ja weitere unsicherheit im yen zusammen natürlich mit dieser weltwirtschaftlichen situation die auch dort die märkte weiter bewegt und ja 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 ja